Dialog 1 Die Kundin Die Verkäuferin Entschuldigung, haben Sie diese Hose hier auch in Größe 38? Die müsste eigentlich da hängen. Warten Sie, ich schau mal nach. Danke! Also, in 38 gibt es die noch in dunkelblau und in grün. Ah, die grüne gefällt mir auch gut. Ich schau mal, ob ich noch einen Pullover dazu finde. Probieren Sie doch mal den hier. Ich finde, das passt ganz toll zusammen. Danke! Ich probiere das mal an. Und, passt es? Der Pullover passt super. Aber die Hose ist ein wenig zu lang. Möchten Sie sie in Größe 36 anprobieren? Die hätte ich auch noch in hellblau. Oh, prima, danke! Die passt auch gut zu dem Pullover. Passt Ihnen die Hose in 36? Ja, die sitzt super! Gut, ich nehme die Hose in hellblau und in grün. Und den Pullover dazu. Gerne! Die Kasse Ist diese Kasse geöffnet? Nein, tut mir leid. Diese Kasse ist geschlossen. Die Anprobe Die Kabine Entschuldigung, ich suche die Anprobekabinen. Die Anprobekabinen sind rechts neben der Kasse. Entschuldigung, wo finde ich denn Strümpfe und Strumpfhosen? In der ersten Etage Die Mütze, der Schal, der Handschuh Wo haben Sie denn Mützenschals und Handschuhe? In der zweiten Etage In der zweiten Etage Die Bluse, der Rock, die Leggings Röcke, Blusen und Leggings gibt es im Erdgeschoss. Dort ist die Damenabteilung. Der Anzug Das Hemd Die Krawatte Anzüge, Hemden und Krawatten finden Sie im Untergeschoss. Dort ist die Herrenabteilung. Der Mantel Entschuldigung, wo haben Sie denn Mäntel für Kinder? In der Kinderabteilung, in der dritten Etage In der Kinderabteilung, in der dritten Etage Die Kinderkleidung Gebraucht Wir kaufen gern gebrauchte Kinderkleidung Entweder auf dem Flohmarkt oder im Internet oder im Internet oder im Internet Die Kinder Die Kinder wachsen ja so schnell aus den Sachen raus. das T-Shirt die kurze Hose das Top Sie hat sich auf dem Flohmarkt ein T-Shirt, eine kurze Hose und ein Top gekauft. das Kleid Ich suche ein Kleid in Größe XXL. Schauen Sie doch mal in der Übergrößenabteilung. der Badeanzug die Badehose Wir brauchen Badeanzüge und Badehosen für den Schwimmunterricht. der Bikini online bestellen Sie bestellt alles online. gestern hat sie sich einen Bikini im Internet bestellt. Morgen müsste er ankommen das Unterhemd die Unterhose der BH Liebe Kunden, heute haben wir Unterwäsche für Damen, Herren und Kinder im Angebot der Schuh haben Sie diese Schuhe auch in Größe 39? der Hut der Hut der Hut steht Ihnen gut der Schlafanzug der Schlafanzug das Nachthemd der Schlafanzug passt und ist bequem das Nachthemd ist angenehm auf der Haut der Schlafanzug Dialog 2 der Kunde der Verkäufer Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche eine Winterjacke. Soll es etwas Elegantes oder etwas Sportliches sein? Sportlich und vor allem wasserdicht Allwetterjacken finden Sie hier. Suchen Sie etwas Auffallendes oder eher etwas Neutrales? Ich trage die Jacke beim Fahrradfahren. Eine auffällige Farbe wäre nicht schlecht. Da kann ich Ihnen diese Modelle in Rot, Orange oder Gelb anbieten. Sind die wasserdicht? Ja, wasserdicht und atmungsaktiv. Das Material ist sehr hochwertig. Bei der Qualität haben Sie lange was davon. Möchten Sie mal eine anprobieren? Ich probiere die rote mal an, Größe M. Bitteschön. Dankeschön. Die gefällt mir gut, aber sie ist an den Armen ein wenig zu kurz. Probieren Sie die mal in Größe L. Da können Sie noch einen warmen Pullover drunter ziehen. Die passt wie angegossen, super! Was kostet die denn? Sie ist für 99 Euro im Angebot. Haben Sie auch etwas günstigeres? Ja, die gelbe Jacke kostet nur 79 Euro. Ach nein, ich nehme die rote, die gefällt mir besser. Gerne. Möchten Sie sich noch ein wenig umschauen? Dann lege ich die Jacke für Sie an die Kasse. Ja, vielen Dank! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020